Jumob im Dach ist auch noch einer Was ist das denn? Achso Raketenwerfer Kann man ja gut nehmen hier Raketenwerfer ist immer gut Zumindest im Endgame Ja Aber ich hab auch ne sehr gute Position Wenn ihr alle mit dem Auto kommt, kannst du mal direkt aufs Korn nehmen Natürlich selten, da war ich schon Da war ich schon Aber das ist eine andere Seite Ich hab grad nen Quad gehört irgendwo Ah ich auch Oh guck Brauche Raketen Ne Ne Doch tatsächlich Ja 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 Vielen Dank.